Ein herzliches Willkommen ihr Lieben zu Uncharted 4 und Trends 17 TV der Trendsecker Mike schön dass ihr eingeschaltet habt dass ihr dabei seid heute geht es weiter hier in der spannenden Geschichte in Uncharted 4 so wer sich das durchlesen will kann er eben anhalten weiter geht's hier muss man rüberbalancieren oh ich hasse balancieren das kriegen wir hin jawoll ja ich brauch noch einen Schatz so oh er hat sich schon da schon er verrät ja direkt mal was und da jetzt auch lieber oh nee das kann doch nicht das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht euer Ernst sein dass wir hier dass wir hier rüber gehen das war zu früh zu spät war es jedenfalls nicht so so ok wir müssen da an den Mauervorsprung ran oh ist das gemein ich würde sagen wir müssen da ganz schnell und dann machen wir ein bisschen zurück nee das ist doch auch gemein das sieht immer so gemein aus wenn der abstürzt schon schief geht so erstmal in die Mitte ja das ist die Frage welchen ich würde sagen ein Stück zurück und schnell hochrennen noch ein Stück zurück da hinten ist ein Seil ja das ist aber oh ich bin schon am Ende kann ich hier auch irgendwo ran nee hm da sind die Vorsprünge nee das war's nicht bleib mal hier stehen jetzt wenn ich jetzt nicht springe und die Rampe dann muss ich vielleicht da hinten noch ran vielleicht stellt er sich da auch mit rauf das wäre natürlich genial ich drücke ihn runter ja siehste geht doch nice so jetzt gehen wir drücken runter das geht ja gar nicht anders muss ja hier sein ja wir haben's äh gut und ich stimmt ich ziehe mich um das bricht bestimmt gleich ab vielleicht will ich jetzt wissen wo wir hin müssen kann ich ihn nicht mit dem Seil holen der ist da immer noch jetzt vielleicht muss ich da jetzt wieder rauf oh das ist aber eine Aktion alter Schwede nee ich glaube das kann ja gar nicht sein dass das jetzt so gedacht ist nee das kann doch nicht sein da ist ja noch ein balken aber ich muss ihn ja holen das ist klar und an das Rad ran vielleicht das könnte sein ja das könnte oh ja 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 mein Gott ist das gemein ist das gemein ist das gemein da muss ich ja nun auch hoch anhängen jawoll ja Sekunde so jetzt genau das ist die Lösung das passt ja das bricht bestimmt auch gleich weg hier könnte ich mir vorstellen so nice boah mega sportlich so ist es nicht wenn es da Clowns gibt so ich denke mal ich muss jetzt an diesem Ding wieder zurückschwingen oder 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 nee wie komme ich da denn jetzt wieder runter oh Gott was soll ich hier gar nicht runter der zeigt aber auch nicht an der Haken kann ich da raufspringen jo ich kann da raufspringen Moment ich versuche das einfach egal ja jetzt geht das Ding natürlich kaputt jawoll wow war das eine Aktion fast wie eine Quest hier ja das sehe ich auch so das Lara Croft ja ein Witz gegen gegen die Ritzel hier und wieder eine Handöffnungsroll vor wieder ein wieder ein wieder ein Halt ja wenn wir das da runternehmen passiert wahrscheinlich irgendwas oh schon wieder ein Rätsel das darf doch nicht wahr sein das ist ein bisschen die Wünschen sein sind wir uns da sicher naja ziemlich ziemlich muss reichen ok aber nur eine abgeh schon klar das sei keine Falle wo ist das gemein das ist kennst du die Farbe das ist Madagaskar Madagaskar kommt sauber da freue ich mich schon drauf endlich in Madagaskar was ist Kings Bay ja genau wie ist der Drecksack er will uns verarschen was redest du da Avery er will uns verarschen das hier sollte der Ort sein also wo ist der verdammte Schatz ich meine Kings Bay toll und was dann Nordpol das Weltall Nathan wer würdig ist den erwarte ich das Paradies wer wer suchte Leute wer suchte Avery suchte Leute wer suchte Leute wofür ah scheiße Sie meine Herren machen sehr viel Lärm Waffen hinlegen langsam ich schulde Ihnen noch was für neulich was dem Känzlerwerfen hat nicht gereicht Rafe Rafe bitte komm ich bin auf dem Friedhof Nadine Sie waren hier ja sie stehen gerade vor mir was wo bist du komm zurück zur Kathedrale folg einfach den Löchern schon unterwegs und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht dann beeil dich mal lieber Kings Bay ja aber ähm wo in Kings Bay sie brauchen das Kreuz da um das herauszufinden aber es gibt nur zwei Menschen die wissen wie man es benutzt lassen sie mich raten sie zwei wenn sie das Rave überlassen werden sie lange warten müssen sorry Jungs ich bin nicht zum verhandeln hier bringt mir das Kruzifix es ist kein Kruzifix was naja ein Kruzifix stellt das Kreuz dar an dem wissen Sie was völlig egal nicht anfassen nicht anfassen schließen sie Das war's. Ah, shit! Soll das so sein? Oh, 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 oh! Oh, das halte ich aber nicht lange durch. Moment! Jawohl! Oh, scheiße! Nee, was? Ist okay? Oh, 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 oh! Da oben ist noch einer. Wie soll ich das denn? Oh, krass! Oh, oh! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Oh, was ist denn los hier? Volle Action! Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll jetzt. Nee, das war falsch. Oh, 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 oh! Okay. Okay. Oben raus, okay. Okay. Ja, vielleicht da oben an das kleine Stück da. Ja, 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 ja. Raus, 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 rauch, raus, rauch, 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 rauch! Wow, was für eine Action! Krasse Aktion Wow, wow, wow Yo, nice Das hat geklappt Wow Wow, wow, wow Wow, okay, runter, 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 runter Oh, ich bin schon wieder tot Wow, 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 wow Bis hier haben wir es aber schon mal geschafft Krass, krass, krass So, okay So, Dynamit Das nehmen wir auch mal mit Ja, meine Lieben, aber an dieser Stelle beenden wir die Folge Immer wenn es spannend wird, immer wenn es am schönsten wird Wir sehen uns in der nächsten spannenden Folge wieder Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und ciao